Es wäre natürlich einige Kosten angefallen, um diese Sachen zu übersetzen. Aber ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es hier nur um die Kosten ging. Fast jeden Tag stellt die UNO irgendeinen Ausschuss auf. Wir wollten einfach nur einen kleinen Ausschuss mit vielleicht drei Vertretern. Sogar ich habe mich freiwillig gemeldet, mitzumachen. Wir wollten einfach ein paar Leute in einem kleinen Büro, die anfangen, die Informationen aus denjenigen Ländern zu sammeln, die mitmachen wollten. Mehr wollten wir nicht. Das hätte nicht viel Geld gekostet. Ich bin mir sicher, dass die Vereinten Nationen viel mehr Geld verschwenden, als wir für unser Vorhaben gebraucht hätten. Nein, eigentlich ging es darum, dass die größeren Länder wie die USA und Sowjetunion nicht wollten, dass man sich mit UFOs beschäftigt. Das mussten sie unter allen Umständen verhindern. Und genau so ist es geschehen. Nicht Grenada hat sich lächerlich gemacht, sondern Großbritannien, vielleicht auch Deutschland, die möglicherweise so eingeschüchtert waren, dass sie gesagt haben, hey, ihr solltet euch den USA und der Sowjetunion anschließen, denn wenn die nicht wollen, dass irgendetwas über UFOs gesagt wird, dann sollt ihr das auch nicht. Wenn ihr unserer Richtung folgt, gibt es keine Probleme. Ich bin mir sicher, dass die Gespräche so gelaufen sind. Nur so macht das Ganze Sinn. Und wie ich ja schon gesagt habe, war es nur ein Zufall, dass Sir Eric Garys politische Zukunft zu Fall kam, als er nur wenige Monate nach meiner Präsentation bei den Vereinten Nationen gestürzt wurde? War es ein Zufall? Na, das ist nur eine Frage, die ich aufwerfe. Ich kann das nicht beweisen und werde es auch gar nicht versuchen. Aber für mich war das ein riesiger Zufall. Kannst du mir den Premierminister Eric Garry mal beschreiben? Wie war er denn so? Welchen Eindruck hattest du von ihm? Also, ich fand, dass er ziemlich arrogant war. Wenn er über irgendetwas reden wollte, dann ließ er einfach niemanden anders zu Wort kommen. Und das wurde mir und einigen anderen Rednern erst am Tage des Vortrags klar. Es gab ja an diesem 27. November zwei Meetings. Eins am Morgen und eins am Nachmittag. Und zwischen beiden Sitzungen gab es eine Pressekonferenz. Auch hier wurden einige Fotos gemacht, die um die Welt gingen. Und auf allen Fotos sieht man immer nur Sir Eric Garry reden. Und er fing da an, über Sachen zu reden, die fast nichts mehr mit UFOs zu tun hatten. Er wollte sich dort einfach mal profilieren. Vor allem sieht man das auf einem Foto. Vielleicht bin ich der Einzige, der es mitbekommt, wie man es mir ansieht. Auf dem Foto schaue ich den Premierminister direkt an und denke mir, sei doch endlich mal still und lass die anderen Leute zu Wort kommen. Aber das wollte er nicht. Er hat die Presskonferenz an sich gerissen. Und damit war ich damals überhaupt nicht glücklich. Und man kann es auch am Gesicht von J.R.L. Heineck sehen, der sich da hinter seiner Pfeife versteckt. Ja, genau. Ich kann mich daran erinnern, dass Heineck und ich später noch oft darüber geredet haben. Er hat immer wieder gesagt, warum hat er uns überhaupt hierher gebracht, wenn er uns nicht zu Wort kommen lässt? Wir sollten doch auch mit der Presse reden. Das ist doch wichtig. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Die Pressekonferenz war irgendwie zu einer Zirkusveranstaltung verkommen. Das hat natürlich auch nicht unbedingt zur Glaubwürdigkeit beigetragen.